wir sind jetzt hier im krater von ungoro angekommen der flug hat von achara aus zehn minuten gedauert ich habe nämlich hier akane ganz einmal erneuert kurz bevor ich losgeflogen bin zehn minuten leute so wie müssen wir hier eigentlich erschrecken krieg sie einmal für dich bitteschön ja wenn dir mal ein bisschen durch die gegend gut wir gucken mal was es noch für quest gibt verloren sucht ringo am feuer fehler hier sonst noch was der hat auch nichts mehr einmal reparieren das ding kam ruhig weg spreckles feldflasche okay also hier sonst nichts mehr da ist ringo aber den ganzen weg von da unten bis hierher begleiten hier das war nur genau das machen wir nicht die mob sie sind damit 53 damit mal aufpassen da wollte ich ja was brauchen wir grün und gelb für das andere ding ja ich habe jetzt aber keine lust mir das zeug zusammen zu suchen es reicht mir dass ich jetzt da oben auf den vulkan muss wir müssen da ja auch erst mal hochkommen da sind eine menge feuer elementare heißt da brauche ich mit meinen feuer zaubern gar nichts machen ich glaube nicht dass sie davon groß schaden nehmen so und vor allem weiß ich jetzt gar nicht mehr wie man am besten da hochkommt will kurz ich teste jetzt einmal ob wir wirklich keine feuer zaubern können immun geil also da müssen wir aufpassen so wir müssen einmal nach ganz oben das ist so lange her gab es dann nicht auch mal eine quest dass man hier die höchste temperatur bestimmen soll komm lass mich so da geht es hoch da werden wir auch hoch gehen lebendiges feuer level 55 ich will einfach nur hier hoch weil hier sind ja diese diese feuer feder grad heißen stellen es gibt glaube ich eine quest wo man aus testen welches die heißeste stelle ist und die heißeste war ganz oben gewesen ich glaube wir müssen hier drüben ich weiß aber nicht mehr wo diese blöde quest wo es die gab mit der heißen stelle oder haben wir die die haben wir noch nicht gemacht die haben wir noch nicht gemacht so müssen einmal hier hoch ok immer schön weiter ja deswegen bringt es glaube ich auch nichts wenn wir ringo dann runter eskortieren der da vorne drin ist der da vorne drin ist ist glaube ich hier in der höhle drin ja ja wir können die quest abgeben wir geben die quest ab aber wir machen die folge quest nicht bitteschön wir recken jetzt einmal in der zwischenzeit kann ich hier mal den scheiß öffnen wir müssen hier hoch also hier oben ist ein labasee da müssen wir hin und wir sind glaube ich verkehrt doch nicht wir können ja auch ja hier das ding belt ich bin außer reichweite ich bin zu verloren es meer mich ist ja alles haben wir So, hier hoch. Oder hatten wir die Quest mit der heißesten Stelle schon gemacht? Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern. Weil hier ist die heißeste Stelle. Jo. Das Ding. Es kann auch sein, dass wir das schon gemacht haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. So, einmal recken. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Echt jetzt? Kann ich noch nicht wirken. Okay. So, da ist noch einer. Der schießt auch nur. Okay. So. So, wir müssen einmal hier. Bitte was? Ich bin hier am Lavasee, du Arschloch. Jetzt muss ich jetzt echt auf die andere Seite. Alter. Später. Alter. So. 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 wir haben den unvollendeten Skelettschlüssel. Ähm. Jetzt ist die Frage, wollen wir versuchen Ringo raus zu begleiten? Nein. Ich weiß nämlich nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nämlich, der geht den kompletten Weg hinten rum. Ich sage mal, wir können es probieren, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich sage mal, die Begleitquests hier sind ja eh alle scheiße. Gut, es ist zwar nur am Anfang mit den, äh nein, mit den Feuerelementaren. Also, ich sage mal, wir können es gerne probieren. Dann mache ich hier den noch platt. Äh, ja, dann schaue ich noch. Ich glaube, der läuft eine richtig komische Route dann. Ich glaube nämlich, der läuft hier hinten runter, hier entlang und dann so rum. Ach, wir probieren es einfach. Wenn er stirbt, stirbt er, ist mir scheißegal. Äh, dann würde ich sagen, heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich regge und wir sehen uns dann morgen wieder und machen die Begleitquests. Ja. Ja.